4. Daniel Kreilwitz 4. Daniel Kreilwitz 4. Daniel Kreilwitz 3. Daniel Kreilwitz Der kommt von hinten, der Porsche. Ich war gespannt, wir wollten da noch einen Angriff geben von Porsche. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht genau wer fährt. Hinter der Liste steht Wolfgang Weber. Der steht aber auch auf dem VW Polo. Er kann nur eines davon fahren, aber eines dieser Fahrzeuge. Ich vermute mal, dass Wolfgang Weber im Polo unterwegs war. Und das ist dann im Porsche 89. Ja gut, da bitte ich nochmals entschuldigen, dass ich da die ganze Zeit Räger van der Zande auf Platz 1 genannt habe. Aber so war es hier von der Zeitnahme im Filialzustand die ganze Zeit, ohne an ihm nochmal korrigieren. Also Sieger Daniel Keilwins auf dem Corvette-Fahrzeug von Geiger Motorsport. Geiger Cars, so genauer Zeichen. Platz 2 geht an der Wenger van der Zande, ebenfalls Geiger Cars in einer Corvette Z06. Der dritte Platz, der geht an der Richard Marshall im Witsubishi Evolution 9T von Richard Marshall Racing. Platz 4, Startnummer 30, Heiko Hammel, BMW M4 von VHS Cars. Fünfter Platz, Wolfgang Weber mit der Startnummer 12, jedes Mal Automotive, der Porsche 981 Boxster S. Platz 6, Hannes Mahler, Schirra Motorik, Mini Cooper S. Und dann Platz 7 steht erneut Wolfgang Weber. Müssen wir noch rausfinden, wer jetzt der Fahrer war. Wolfgang Weber von Siebacher Motorsport im VW Polo RBRC. Der 8. Platz geht an das Team MAPTEC, geht an Philipp Rüdeli im Mitsubishi Lenzer. 9. Platz, Team Nr. 19, Japan importet Mitsubishi Evolution X, Patrick Kreuter. Und der 10. Platz, der geht an die Stadt Nr. 2, an den Audi Team TRS von Antony, Carpignano und das Team MAPTEC BASI. Platz 11, Primo Nr. 19, ebenfalls MAPTEC, MAPTEC Evolution. Und dann noch Platz 12, HP Lead im Fahrzeug mit der Nr. 8, Audi S1. Am Frieder Silber im Moment auf Gang 13. Auf geht's habe ich mit Gott geschafft. Auf geht's war, wir wollen mich. Ar hours kommen fest zum Interview mit Herrn Kolよろしく. Und dann letzten Wちゃ Was Щ mich oder система angst considering, Siehe ist gut, aber so. Wenn ich lecker的是 ganz vào Protonovre noir und größere Kumpel für grödecock hierzu kann, faires hat mich immer sehr liebiges vach. Vielen Dank.